Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf dem Inklusionshausboot Huckleberry Finn. Es ist das erste Inklusionshausboot made in Hamburg und heute startet unser Huckietalk anders seien vereint. Ja, und wer sich jetzt wundert, warum ich hier in Schal und Mütze sitze, ich bin durchgefroren, weil wir sind seit heute Morgen hier und das Hausboot ist ja auch noch nicht fertig. Ja, aber worauf warten? Wir warten unser ganzes Leben. Wir warten auf Weihnachten. Wir warten auf Sommer. Wir warten auf die nächste große Liebe. Und während wir warten, läuft das Leben an uns vorbei. Und wir haben gedacht, das Hausboot ist zwar noch nicht fertig, aber wir verwandeln es heute mal in ein echtes Fernsehstudio und starten mit unserem Talk. Und neben mir, ihr habt ihn natürlich schon längst erkannt, sitzt unser heutiger Gastgeber, Bauherr dieses Hausbootes, Ideengeber Arnold Schnittger. Hallo und herzlich willkommen auf deinem eigenen Boot hier. Ja, vielen Dank, Claudia. Auch dir herzlich willkommen. Und ich muss sagen, ich bin total glücklich, denn ich weiß nicht, wie es dir geht. Wir haben zwei Jahre auf diesen Moment zugearbeitet. Wir wollten von Anfang an diesen Huckietalk machen und nun haben wir eine Premiere. Und deswegen bin ich sehr froh, dass das alles so geklappt hat und dass wir hier jetzt sein dürfen und diesen Talk anschieben können. Und wir sind natürlich besonders glücklich, weil wir haben heute unseren Wunschgast für den ersten Talk sozusagen hier einladen können. Er ist ein Kämpfer für die pflegenden Angehörigen in Hamburg. Er hat sich so eingesetzt für die erste Angehörigenambulanz. Und ich darf jetzt ganz, ganz herzlich begrüßen Dr. Frank Jürgensen. Er ist Neurologe und der Leiter der Angehörigenambulanz Asklepius Hamburg-Nord. Hallo und herzlich willkommen, Frank. Ja, vielen Dank, Claudia. Das ist extrem nett. Ich freue mich sehr, sehr über die Einladung. Ich habe eben schon das Boot bewundern können. Ich finde, es ist ausgesprochen gelungen. Ich finde es toll. Es ist ein tolles Projekt und freue mich, hier zu sein. Und wir haben ja im Vorfeld schon mal ein bisschen gemeinsam diskutiert. Und da freue ich mich wirklich extrem drauf, dass wir heute unsere Gedanken ein bisschen austauschen können. Ganz genau. Und wir haben ja noch einen Gast zugeschaltet. Sie ist pflegende Angehörige und sie ist eine Kämpferin. Sie hat verschiedene Facebook-Seiten. Sie ist so unglaublich aktiv in den sozialen Netzwerken. Sie motiviert. Sie ist eine Kämpferin für die pflegenden Angehörigen. Sie pflegt ihren Mann Uwe. Herzlich willkommen, Wiebke Worm, auch dir zugeschaltet heute über Videotelefonie. Das sage ich auch vielen Dank. Und es ist mir eine Ehre, dass ich bei der Premiere mit dabei sein darf. Also das finde ich schon mal richtig toll. Genau. Du warst auch unser Wunschgast, ne? Genau. Ja. Und warum sitze ich hier in Schal und Handschuhen? Oder Mütze. Handschuhe habe ich ja noch nicht. Das geht noch. Weil wir natürlich auch so ein bisschen drüber sprechen wollen, über die aktuellen Herausforderungen für pflegende Angehörige, jetzt gerade auch in der Energiekrise. Aber wir wollen erst mal einen Blick zurück machen auf die erste Angehörigenambulanz in Hamburg, die sozusagen von Dr. Frank Jürgensen ins Leben gerufen worden ist. Und wir wollen einfach mal so ein bisschen jetzt erfahren, wie waren die Anfänge? Wie ging es los? Ja, wir haben ja eben schon ein bisschen darüber gesprochen, wie ging es eigentlich los. Muss man vielleicht so zwei, drei Jahre zurückgehen. Das war die Zeit, in der ich noch auf Station gearbeitet habe. Und wir, oder wo ich festgestellt habe, dass eigentlich die Pflege es immer besonders gut mit mir meinte. Und ich so alle Anfragen von Angehörigen oder so versuchte auch so ein bisschen von mir fernzuhalten. Es ist ja auch so, wenn man als Arzt arbeitet, dass man sich natürlich unmittelbar um die Patientenversorgung erstmal kümmert. Und da ja auch ein Verhältnis entsteht und dass der Angehörige vielleicht so erstmal nicht unbedingt mit dazu gehört, sage ich mal, so ganz wertfrei. Und in meiner Arbeit ist mir dann aber aufgefallen, dass viele Punkte oder manchmal auch Angehörige, die mit unserer Arbeit nicht so zufrieden waren, ich das erst viel später erfahren habe. Und ich habe dann gesagt, nee, gut, das müssen wir irgendwie mal ändern und was können wir dafür tun? Und ich habe dann gesagt, gut, dann schauen wir mal, dass wir vielleicht die Visite, die wir machen, die regelmäßige Visite in der Klinik jetzt auch mal für Angehörige öffnen. Daraus ist dann die Angehörigenvisite entstanden. Das war eigentlich der erste Schritt. Und ich weiß nicht, ob einer von den Beteiligten schon mal im Krankenhaus bei einer Angehörigenvisite gewesen ist. Ich glaube, so verbreitet ist es nicht. Für uns war es aber so, dass wir plötzlich mit dem ganzen Team an einem Tisch gesessen haben, mit den anderen Therapeutengruppen auch. Und das, was wir da gehört und erfahren haben, eigentlich unsere Arbeit so bereichert hat. Es waren manchmal sehr umfangreiche Wiesen. Und ich glaube aber auch, dass die Angehörigen plötzlich viel mehr von dem verstanden haben, was wir eigentlich gemacht haben in der Klinik. Wir wussten auch viel mehr, was ist eigentlich das Problem? Warum ist überhaupt jemand ins Krankenhaus gekommen? Wie sieht eigentlich der Prozess dahinter aus? Wie lange hat es vielleicht auch gebraucht, bis man bereit war, überhaupt ins Krankenhaus zu gehen? Und das war eine relativ neue Erfahrung, Angehörige so ins Krankenhaus mit einzuladen und dann auch gemeinsam mit den Angehörigen zu gucken, was wollen wir jetzt eigentlich während dieses Aufenthalts hier erreichen? So ist das ursprünglich mal entstanden. Es hat sich dann aber auch gezeigt, dass viele Angehörige, ich komme aus der Neurologie und Psychiatrie, gesagt haben, das ist ja auch alles schön und gut, aber wo bekomme ich denn jetzt weitere gezielte Hilfe und Unterstützung? Und da war es dann für uns auch teilweise schwer, aus der Klinik heraus nochmal Unterstützungsangebote zu benennen. Und ich habe mir dann überlegt, da müssen wir die eben selber ins Leben rufen und haben daraus oder darüber eben die Angehörigenambulanz gegründet, wo es dann gelang, gezielte Unterstützung für Angehörige anzubieten. Das gezielt bedeutet vorrangig psychotherapeutische oder mentale Unterstützung auch. Und das wurde, muss man sagen, sehr, sehr gut angenommen und nachgefragt. Und es dann auch gelang irgendwie gemeinsam mit Asklepius Stellen dafür zu schaffen und bei uns vor allen Dingen Psychologen dafür einzustellen, mit denen wir dann diese Arbeit gemacht haben. Das ist jetzt so etwa zwei Jahre her. Wir haben parallel dazu einen Preis gewonnen innerhalb von Asklepius, einen Innovationspreis. Das ist, glaube ich, auch so. Angehörigenversorgung ist das nicht selbstverständlich und es war halt auch ein sehr innovatives Projekt, was dann uns nochmal viel Unterstützung gesichert hat. Es kam dann leider aber dazwischen so ein bisschen die Corona-Zeit, wo es natürlich auch ein Besuchsverbot auch in unserer Klinik gab, wo es für Angehörige, glaube ich, insgesamt schwierig war, ihre Liebsten in der Klinik überhaupt zu besuchen. Wir haben das daran gespürt, dass wir natürlich deutlich weniger Angehörige gesehen haben, wo dann auch schnell deutlich wurde, dass vielleicht ein Angebot nicht nur darauf fußen kann, dass man direkt in der Klinik die Unterstützung erhält, sondern dass man auch, was ja heutzutage viel verbreiteter ist, dass man auch eventuell per Videochat oder per Telefonie Unterstützung erhalten kann. Und da sind wir dabei, das eigentlich aufzubauen und stehen jetzt gerade auch vor einer Premiere. Wir werden nämlich morgen die Angehörigenambulanz in Altona eröffnen. Das ist so der erste Schritt heraus aus unserer ursprünglichen Klinik und mit dem Ziel, in hoffentlich vier, fünf Wochen dann auch einen Standort in St. Georg zu eröffnen. Das sind so die aktuellen Entwicklungen, die wir haben. Ja, aber man sieht da ja auch wirklich deutlich dran, wie groß auch der Bedarf ist in unserer Stadt. Wenn du sagst jetzt, ihr macht in Altona jetzt da noch eine Niederlassung auf. Es ist einfach wichtig, dass man sich Unterstützung holt, Arnold. Was würdest du sagen, wer uns jetzt auch zuguckt und wer wirklich so, ja, nicht mehr kann, was kann man machen? Was würdest du raten jetzt auch als pflegender Angehöriger? Oh wei, da sehe ich eigentlich ganz, ganz wenig Möglichkeiten, sich Hilfe zu holen. Eine dieser Hilfen ist jetzt durch den Dr. Jürgensen. Das finde ich eine ganz tolle Sache, dass es diese Ambulanz gibt. Bezeichnend ist es ja auch, dass es die erste Angehörigenambulanz ist. Es müsste eigentlich Hunderte geben. Und ich weiß aus vielen Zuschriften, wir sind ja gut vernetzt, von Menschen, die nicht am Limit sind, die schon weit darüber hinaus sind. Und das sind Probleme wie die finanzielle Geschichte, Armut durch Pflege. Das ist auch die Sorge um den Betroffenen, den man gerade pflegt. Da leidet man ja auch mit. Und dann ist das natürlich auch der kräftezehrende Pflegealltag, der teilweise manchmal rund um die Uhr folgen muss. Und ehrlich gesagt, ich habe für mich mein eigenes Mittel gegen Burnout und gegen Depressionen gefunden. Aber das gelingt nicht jedem. Und insofern bin ich da ehrlich gesagt auch ein bisschen ratlos, was man da wirklich an Hilfe anbieten kann. Wiebke, du hattest eben auch gesagt im Vorgespräch, du kanntest die Angehörigenambulanz vorher noch gar nicht und fandest das auch ganz spannend. Ja, ich habe jetzt durch euch davon gehört und ich bin auch sehr angetan. Ich habe natürlich gleich ein bisschen nachgelesen, damit ich weiß, mit wem wir hier sprechen. Und ich fand das vom Grundsatz her eine ganz tolle Sache. Und ich werde das mit Sicherheit auch in meiner Facebook-Gruppe, ich habe ja so eine Facebook-Gruppe Pflegende Angehörige Hamburg nochmal bewerben, vielleicht auch in der großen Facebook-Gruppe nochmal. Weil diese Möglichkeiten kennen, glaube ich, tatsächlich die wenigsten. Und das ist mit Sicherheit hilfreich, vor allen Dingen auch, wenn das online stattfinden kann. Das finde ich noch einen richtig guten weiteren Schritt. So gut, wie ich es finde, wenn man sich Auge in Auge gegenüber sitzt. Das geht ja per Video, sehen wir hier auch, auch ganz gut. Und das mag vielen helfen, weil man ja oftmals gar nicht weg kann. Das ist ja das nächste Problem, pflegende Angehörige, wenn es heißt, wie könnt ihr euch Hilfe holen? Man kann nicht mal eben irgendwo jetzt platzfatz einen Termin machen oder du machst einen und dann kommt irgendwas in der Pflege dazwischen, dann musst du ihn halt absagen. Da gibt es Leute, die reagieren verständnisvoll und andere Leute, die dann beim zweiten oder dritten Mal sagen, nicht nochmal mit uns. Und wenn dann so eine Online-Möglichkeit ist, dann ist das, glaube ich, tatsächlich für Angehörige nochmal deutlich hilfreicher. Wo man sich noch Hilfe holen kann, ist, du hast die Frage nicht an mich gestellt, aber ich sage das einfach mal auch so von meinen Überlegungen her, zum einen tatsächlich in den Facebook-Gruppen, die gibt es regional und da gibt es übergeordnete. Arnold, du hast ja auch eine, eine recht große. Und da wird eigentlich immer auch rund um die Uhr geholfen, muss man einfach so sagen, da ist immer jemand da und das wird gut moderiert, zumindest in unserer Gruppe. Und was wir manchmal noch machen, ist, dass wir uns mit anderen Angehörigen eben abends per Zoom treffen und mit anderen Betroffenen. Und auch das hilft schon. Manchmal hilft es ja nur, dass einem einer zuhört und dass der andere genau weiß, wovon du sprichst. Wenn das so ein richtiger Mist-Tag gewesen ist und du sagst so, ich kann eigentlich gar nicht mehr, dann reicht es schon, dass andere sagen, es geht mir auch so oder Mensch, hast du mal dies gemacht oder hast mal da geguckt. Und das ist eine tolle Möglichkeit, die wir seit zweieinhalb Jahren machen. Und in dem Fall sage ich tatsächlich wir, weil mein Mann, den ich ja nun pflege, mit dabei sein kann. Und er sieht dann auch mal andere Leute als immer nur mein Gesicht. Das ist also, das sind so die Möglichkeiten, die mir ad hoc einfallen, weil es gibt natürlich auch offizielle Hilfsmöglichkeiten. Da habe ich bis jetzt keine wirklich guten Erfahrungen mitgemacht. Ich kenne auch andere, die es gemacht haben, also die gute Erfahrungen gemacht haben. Aber man kommt immer an Grenzen. Und sei es über die unabhängige Patientenberatung, die es ja auch gibt, wo man anrufen kann. Wann immer ich bei denen mal irgendwas haben wollte, hieß es, oh ja, das ist wirklich ein Problem. Ja, helfen können wir aber nicht wirklich. Und das ist was, was wir auch immer wieder in den Gruppen lesen. Die Frage, wo kann ich mir Hilfe holen? Frank, sind das auch so deine Erfahrungen, die Rückmeldung von pflegenden Angehörigen? Ja, vielleicht erst mal ist es noch mal ganz wichtig, dass wir uns noch mal klar werden über die Zahl der pflegenden Angehörigen überhaupt. Man geht ja davon aus, wir haben ja mal unser Angebot gestartet, schwerpunktmäßig für Angehörige von Menschen mit Demenz. Das war mal der ursprüngliche Start. Wir haben dann schnell gesehen, dass das der Sache nicht gerecht wird. Wir sprechen ja in Deutschland inzwischen von etwa vier Millionen Pflegebedürftigen. Und das sind dann tatsächlich nur die Menschen, die eine Pflegestufe haben. Da sind nicht eingeschlossen, Kinder möglicherweise mit Beeinträchtigungen, mit bestimmten Bedürfnissen oder so. Das läuft dann quasi noch zusätzlich und nebenbei. Sodass man sagen kann, etwa fünf Millionen Menschen sind in Deutschland regelmäßig mit der Versorgung von Angehörigen konfrontiert oder beschäftigt. Das ist ja immer eine Frage des Blickwinkels. Und das ist also eine, man spricht dann auch vom größten Pflegedienst Deutschlands. Und da sind doch die Unterstützungsangebote noch sehr gering und sehr wenige. Und ich möchte aber auch noch mal darauf hinweisen, dass ja die Pflege oder Pflegeverantwortung ja nicht nur negative Aspekte hat. Sondern es gibt ganz viel, an dem man auch wachsen kann. Es gibt gute Gründe, warum man sich entschieden hat, das genau so zu machen, wie man das macht. Und ich erinnere so zu den Satz eines unserer Patienten, der zu mir sagte, das hat mir geholfen, aus mir selber einen besseren Menschen zu machen. Also diesen Aspekt hat es ja auch. Aber es gibt auch viele Aspekte, die so eigentlich, wo jemand sagt, das ist ein tägliches Hamsterrad. Und ich bin nun Arzt und Mediziner und es ist so, dass chronischer Stress eben auch selber krank machen kann. Das muss man ganz klar sagen. Und was passiert eben, wenn ich plötzlich ausfalle in der Versorgung? Was ist dann eigentlich? Wie geht es dann weiter? Was ist denn die Alternative dazu? Und spätestens das sollte eigentlich dazu führen, dass man sagt, okay, wie läuft das eigentlich ohne mich? Was gibt es für Alternativen? Das ist sehr, sehr schwierig, denn in Deutschland gibt es ja eigentlich keine Präventionsangebote für pflegende Angehörige. Das heißt, wir werden überhaupt nicht darauf vorbereitet. Und in der Regel ist es ja so, dass Pflegeverantwortung von einem Tag auf den anderen entsteht und man plötzlich mit diesen Dingen konfrontiert ist. Und vielleicht, wir haben ja vor dem Gespräch schon miteinander auch gesprochen, ist es vielleicht am Anfang nicht immer so, die mentale Unterstützung, die man braucht, sondern wie geht es eigentlich finanziell mit mir weiter? Das sind ja auch völlig ungelöste Fragen, die da plötzlich auftreten und die einen ja auch an die Existenzgrenze führen. Das, glaube ich, darf man, diese Aspekte darf man auch nicht vergessen. Ja, Armut durch Pflege. Arnold, ich will aber noch mal darauf zurückkommen, weil du hattest gerade so intensiv genickt, als Frank gesagt hat, ja, es gibt Menschen, die auch gesagt haben, sie sind an der Pflege gewachsen und sind ein besserer Mensch geworden. Da hast du gerade intensiv genickt. Sag was. Ja, ich war schon immer ein guter Mensch. Nein, Spaß beiseite. Ich bin da tatsächlich dran gewachsen. Von meinem Sohn kommt so viel zurück und der hat mein Leben bereichert. Und ich glaube, das geht auch vielen anderen pflegenden Angehörigen so, dass sie an ihrer Aufgabe wachsen, dass sie eine Aufgabe haben. Der Mensch ist ja dazu gedacht, eine Aufgabe zu erfüllen. Und von daher ist das ein ganz wichtiger Aspekt. Negativ würde ich sagen, dass die Politik die Liebe der Menschen zu ihren Angehörigen schamlos ausnutzt. Ja, das ist auch noch mal so ein Punkt, das, was Frank auch eben letztendlich gesagt hatte, dass dieses Thema ja noch gar nicht so in der Politik stattfindet, wie es stattfinden müsste, weil auch immer natürlich auch die Pflegeheime im Fokus sind und man da natürlich wirklich ganz, ganz viel machen muss. Und es ist ja auch das Interessante, Frank, du hältst ja nun auch Vorträge, auch bei Firmen und so. Und deine Erfahrungen sind ja auch wirklich so, du stößt mehr auf offene Ohren, wenn dort auch Menschen sind, die schon Pflegeerfahrungen haben. Und die anderen schieben das immer so von sich weg. Wir sind auch irgendwie so ein Land, was das immer wegschiebt eigentlich. So, ach, ich pflege noch nicht, dann will ich von diesem Thema nichts hören. Genau so ist es. Also ich kann mir das, ich kann das auf eine gewisse Art auch gut nachvollziehen. Denn diese Pflegeverantwortung macht ja erstmal auch Angst. Also plötzlich stehe ich da, muss Verantwortung übernehmen, frage mich, dann bin ich eigentlich bereit dafür, kann ich diese Verantwortung übernehmen, mache ich das denn alles richtig, so wie ich das mache, ich habe so meinen Plan, den ich da durchziehe. Und dass man sich davor vielleicht erstmal drückt und sagt, da möchte ich mich am liebsten gar nicht auseinandersetzen damit, das ist auch nachvollziehbar. Wobei ich einfach, glaube ich, da nur auf den demografischen Wandel verweisen muss. Also wir werden in Zukunft immer mehr Menschen bekommen, die gepflegt werden müssen. Wir sehen jetzt schon, dass die Kapazitäten von Pflegeheimen dafür gar nicht ausreichen, auch von Aufsuchen der Pflege. Also so oder so werden immer mehr Menschen in Pflegeverantwortung kommen. Da können wir uns, glaube ich, gar nicht von frei machen. Es gibt interessanterweise, das habe ich neulich gesehen, gibt es so einen Berechner, der ist auf einer österreichischen Homepage geladen. Da kann man berechnen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass man in Pflegeverantwortung kommt. Und das Ergebnis ist, die ist sehr, sehr groß. Und ich habe unsere Ambulanz dann eigentlich so mit dem Hashtag Wir sind alle Angehörige auch versucht bekannt zu machen. Denn das ist es ja, es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir auch pflegende Angehörige sind. Und das ist sehr, sehr schade. Es ist eigentlich vorgesehen, es gibt Leistungen zur Prävention für pflegende Angehörige. Und ich glaube, das kann gar nicht früh genug anfangen. Und das ist auch der Grund, warum wir versuchen, das in der Klinik zu etablieren. Ganz genau. Wiebke, das ist ja das Thema, was wir jetzt auch gerade, was Frank auch gesagt hat. Sowas kommt von heute auf morgen. Wie ist deine persönliche Pflegegeschichte? Erzähl uns da mal ein bisschen drüber, über deinen Hintergrund. Wie ist das gekommen? Das fing damals 2006 an, als bei meinem Mann die Diagnose gestellt worden ist, dass er MS hat. Das war Ende 2006. Vorher hat er nur so ein bisschen Doppelbilder gesehen und ein bisschen Nackenschmerzen gehabt, war dann erst in Behandlung. Und als sich das rauskristallisiert hat, war erst mal der Schock groß, weil wenn man dann MS hört, dann denkt man sofort an Rollstuhl und sowas, dass das nicht immer so sein muss, war uns dessen zu dem Zeitpunkt nicht bewusst. Jetzt weiß ich das sehr wohl, aber es ging relativ zügig schlechter und schlechter und schlechter. Und ich habe ja in meinem Job als Crewmanager gearbeitet. Das heißt, ich hatte auch einen guten Job, der mich auch schon durchaus sehr gefordert hat. Und irgendwann war es so, bei mir war es also nicht von jetzt auf gleich, wie das eben gesagt worden ist, sondern es gibt auch ganz viele Angehörige wie mich, die einfach dann da reinrutschen. Anders kann man das nicht sagen. Das heißt, du fängst erst mal an mit Kleinigkeiten, dann gibst du mal den Becher her, dann geht das alles nicht mehr so gut, dann fasst du mir hier mit an, dann hilfst du mal damit. Und dann wird es auf einmal mehr und mehr und mehr. Und das ist unbemerkt. Jedenfalls, dass du dann dich als pflegender Angehöriger anerkennst, sozusagen. Du hast ja nur ein bisschen Hilfestellung geleistet. Ja, und irgendwann, nach ein paar Jahren, ich sage mal 2010, konnte mein Mann nicht mehr laufen. Da wurde es natürlich dann alles noch schwieriger, erst mal alles zu organisieren. Ich bin teilweise um fünf aufgestanden, damit ich um sieben auf der Arbeit sein konnte. Die Nächte waren aufgrund des Gesundheitszustandes teilweise tatsächlich so, dass ich alle 15 Minuten hoch musste, mal helfen musste, irgendwas machen musste, das hältst du nicht lange durch. Und auf der Arbeit wurde das auf einmal auch nicht mehr so richtig nett, weil ich war ja nicht mehr flexibel. Vorher war ich ja immer flexibel. Das kommt dann nachher eins zum anderen. Das heißt, ich habe den Spagat zwischen Pflege und Beruf irgendwann einfach nicht mehr hingekriegt, weil es nicht mehr ging. Und diese Sachen, die es zur Vereinbarkeit von Pflege und Beruf gibt, die griffen bei uns nicht. Die sind auch keine wirkliche Hilfestellung, muss ich einfach mal so sagen. Weil du kannst ein halbes Jahr freimachen und dann kriegst du kein Geld. Ich meine, wer kann sich das leisten? Das sind, glaube ich, die wenigsten. Oder du konntest, zu dem Zeitpunkt war das relativ frisch ausgearbeitet, zwei Jahre freimachen. Und dann hast du eben eine bestimmte Anzahl an Geld weniger gekriegt und musstest trotzdem noch ein paar Stunden arbeiten. Egal, wie man es gedreht und gewendet hat, das hat nicht geklappt. Das wäre nicht umsetzbar gewesen. Dann bin ich in Teilzeit gegangen für ein Jahr. Und dann bin ich krankheitshalber ausgefallen und dann letzten Endes nachher tatsächlich auch selber verrentet worden. Und dann war ich zu Hause und dann warst du mitten in der Pflege. Und dann ist es tatsächlich so, dass du auch zu dem Zeitpunkt irgendwo mehr und mehr und mehr übernimmst. Zumindest ist es bei uns so. Auch wenn man versucht, die Selbstständigkeit zu erhalten, da sind wir beide eigentlich immer sehr stark dran. Klappt das bei einigen Krankheiten leider nicht. Und wenn dann auf einmal zwei Gehälter wegbrechen und wenn dann auf einmal, ich sage mal, zwar das Pflegegeld bezahlt wird, weil ich ja alleine pflege hier, dann kommt natürlich auch der finanzielle Aspekt damit dazu. Dann muss man sich auf einmal Gedanken machen. Das musste ich schon, als ich in Teilzeit ging. Wie viel kann ich eigentlich runter reduzieren, um das überhaupt noch abzufedern, was wir dann vielleicht noch brauchen und was nicht. Und dann heißt es, das Pflegegeld ist dazu da, um die Pflege zu Hause sicherzustellen. Ja, aber natürlich fließt das bei ganz vielen pflegenden Angehörigen mit in die Lebenshaltungskosten. Weil wie stellst du denn eine Pflege zu Hause sicher? Indem du es warm hast, indem du den Menschen ein Tüttelchen entertainst, weil du dann meinetwegen den ganzen Tag ein PC anhast oder Radio anhast oder Fernsehen anhast. Das ist mehr Strom, das ist mehr Heizung. Man muss ganz viel waschen. Oftmals, nicht immer, aber es ist eben oftmals so. Das heißt, du hast mehr Wäschegeld, mehr Wassergeld. Auch da wieder mehr Strom. Du kochst zu Hause, du machst dies, du machst jenes. Das sind alles Mehrausgaben, die auf einmal dann da sind. Und die müssen auch abgefedert werden, unabhängig von Medikamentenzuzahlungen, die man ja auch trifft. Oder von Sachen, die nicht mehr bezahlt werden, die du aber trotzdem brauchst. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld wir inzwischen für Schmerzmittel ausgeben. Sollte man nicht für möglich halten, aber ist so. Zwischendurch habe ich zu unserer Apotheke mal irgendwann gesagt, ich kaufe mir schon gar keine Klamotten mehr, brauche ich auch nicht, ich bin ja nur noch zu Hause, sondern ich kaufe am liebsten nur noch bei euch. Das heißt, man rutscht in diesen Alltag irgendwo rein und ja, er hat mich trotzdem auch sehr bereichert und ich würde es auf gar keinen Fall anders machen. Das muss ich auch ganz klar sagen. Ich liebe meinen Mann sehr und wenn ich es schaffe, dass ich ihn am Tag zum Lächeln bringe oder wenn wir dann mal miteinander rumflachsen, dann ist für mich der Tag wirklich hell und dann geht alles sehr viel besser weiter. Manchmal dauert das inzwischen ein bisschen, wenn ich ihn aus seiner Schmerzschiene rausholen muss, was ich nicht immer schaffe, weil er hat Dauerschmerzen, umso mehr erfreut es mich dann. Und meine Zeiten zu Hause, die habe ich dann angefangen, anders zu füllen, weil man muss ja auch für seinen Kopf irgendwo, oder ich brauche das zumindest, ich muss noch irgendwas für meinen Kopf machen. Und so habe ich angefangen, als ich festgestellt habe, was in der Pflege zu Hause alles nicht läuft, denn das war ich mir vorher auch bei weitem nicht bewusst, meinen Kampf für Verbesserung, für pflegende Angehörige, aber auch für zu Pflegende zu führen. Und da habe ich angefangen, meine Seite aufzubauen, wir pflegen unsere Lieben auf Facebook, auf der ich viel mache, da habe ich auch oftmals irgendwelche Umfragen, die kann man von außen einsehen, die letzte muss ich noch hochladen mit den Antworten, die sehr aussagekräftig sind, auch wenn das natürlich eine Statistik ist, die ich aufgebaut habe, sie kommt aber wirklich direkt von, die Antworten kommen direkt von pflegenden Angehörigen. Wir haben angefangen irgendwann und haben das erste Angehörigenbuch zusammengeschrieben, weil wir gesagt haben, wir müssen nach außen gehen, es muss bekannt werden, dass es uns gibt, wir können ja oftmals nicht weg, man sieht uns nicht. Und die Politik vergisst uns nicht, wie so gerne gesagt wird, sondern die Politik ignoriert uns. Das ist was, worüber ich mich maßlos aufrege. Denen ist bekannt, dass es uns gibt. Denen ist es auch bekannt, was wir für Sorge und Nöten unter Umständen haben. Und es scheint völlig egal. Es sind keine Erkenntnisprobleme da, mit Sicherheit nicht. Seit vielen, vielen Jahren kämpfen wir und in der großen Gruppe der pflegenden Angehörige, in der ich Administrator bin unter anderem, die wurde 2013 gegründet. Das muss man sich mal reinziehen. Und seitdem weiß ich, kämpfen wir schon darum, dass es für alle besser und leichter wird. Und was macht die Politik? Sie macht es für uns, die wir zu Hause pflegen, schwerer und schwerer, und schwerer. Sie hebt die berufliche Pflege, die sehr wichtig ist. Das will ich nicht schmälern. Nach oben. Alle Gelder, ich sage jetzt mal, werden entsprechend angepasst. Und wer darf es zahlen? Der zu Pflegende oder die Angehörigen. Das heißt, das Pflegegeld wurde seit 2017, glaube ich, nicht erhöht. Alle anderen Kosten, aber durchaus. Und das sind so Dinge, wo ich sage, die finanzielle Belastung ist bei vielen wirklich richtig hoch. Davon mal abgesehen, dass ich es fürchterlich gerne hätte, dass pflegende Angehörige automatisch ab Pflegegrad 4 oder 5, ich blicke in Pflegegrad 5, auch Massagen oder sowas kriegen würden oder Physiotherapie, ohne dass man irgendwo hingehen muss und sagen muss, ach Mensch, mein Rücken tut weh, ich darf ihn sechsmal geben, mehr nicht. Es kann doch nicht richtig sein. Wir müssen ja noch pflegen und wir wollen ja auch pflegen. Aber ich habe meine kreative Seite entdeckt. Ich habe angefangen zu schreiben. Ich habe Kinderbücher rausgebracht. Inzwischen hätte ich mir ja früher im Leben nicht gedacht. Ich habe angefangen zu zeichnen und das dritte Angehörigenbuch ist gerade fertig geworden. Ich habe gerade vorhin geguckt. Wir haben inzwischen 40 Stück verkauft, allein im ersten Monat, unabhängig von dem, was die ganzen Mitautoren gekauft und ausverteilt haben. Also da bin ich wirklich sehr dankbar und sehr glücklich. Ich muss mal eben kurz unterbrechen, das ist Pflege zu Hause. Mein Mann hat mich gerufen. Ich bin gleich wieder da. Ja, alles klar. Genau, ich hatte Frank auch schon dann von dem Buch berichtet. Da werden wir auch noch mal einen Kontakt herstellen. Das ist natürlich für dich dann auch direkt so ein Eindruck nochmal. Ja, das ist sehr berührend. Also so wie sie das auch erzählt hat. Es ist eigentlich nicht zu glauben. Wir haben Deutschland 2020, äh 2022 und ja, wir sind. Wir sprechen jetzt natürlich mit einer echten Pflegeexpertin, muss man sagen. Also wenn ich so lange pflege und oder ich will es mal anders formulieren. Unsere Ambulanz steht ja so ein bisschen auch unter dem Satz, wir lernen von Angehörigen. Natürlich haben wir alle unsere eigene Biografie, unsere Geschichte mit und wenn man sich dem Thema annähert, dann hat man natürlich einen persönlichen Berührungspunkt in der Regel. Und es bleibt aber so, dass wir von Angehörigen auch lernen. Mir fanden da so zwei, drei Sachen auf, die auch, muss man sagen, die wurden so en passant erzählt. Das ist zum einen tatsächlich die körperliche Belastung von pflegenden Angehörigen. Da gibt es ja so zwei Ebenen. Sagt so etwa 70 Prozent der pflegenden Angehörigen nach Studienlage, ich mache das jetzt mal ganz wissenschaftlich, leiden unter seelischen Belastungen. 50 Prozent unter Körper, stark unter körperlichen Belastungen. Was wir inzwischen wissen, ist, dass eigentlich die pflegenden Angehörigen unter Dauerstress stehen. Das bedeutet, dass es gibt ja so ein Stresshormon, was permanent im Körper erhöht ist. Und wir wissen eben auch aus Untersuchungen, dass die Sterblichkeit von pflegenden Angehörigen höher ist als im Durchschnitt. Pflegende Angehörige konsumieren mehr Beruhigungs- und Schlafmedikamente. Pflegende Angehörige sind in ihren Beziehungen zum Großteil unzufrieden. Pflegende Angehörige leiden häufig unter psychosomatischen Erkrankungen, unter Schmerzzuständen. Also pflegende Angehörige sind extrem stark belastet und finden dafür, aus meinem Dafürhalten, zu wenig Gehör. Sie sind immer doch nur ein Anhängsel des Betroffenen, des Kranken, laufen so mit. Und wenn man sich dann bemüht, dort Unterstützung zu bekommen, konkrete Unterstützung, also über die finanzielle brauchen wir gar nicht zu sprechen, ist es dennoch weiterhin schwer, Anlaufstellen zu finden. Allein schon, wenn du jetzt guckst, wie gelingt es mir eigentlich, eine psychologische, psychotherapeutische Unterstützung in Hamburg zu finden, da sind die Wartezeiten eh schon lang genug. Wir haben in unserer Angehörigenambulanz ja nur einen sehr, sehr schmalen Fokus. Wir versuchen ständig natürlich auch zu lernen und zu gucken, wie können wir unsere Angebote auch verbessern. Und auch da muss ich sagen, es ist noch kein perfektes Angebot oder so, aber zumindestens bieten wir relativ zeitnah Unterstützungsangebote, versuchen dann weiter zu vermitteln. Beispielsweise auch natürlich an Selbsthilfe. Für manche Menschen ist Selbsthilfe viel, viel geeigneter, viel, viel besser. Andere Menschen brauchen eher Einzelgespräche oder so. Aber die Situation für pflegende Angehörige ist tatsächlich fatal, muss man sagen. Die Belastung ist immens und ich wollte auch nur darauf hinweisen, natürlich gibt es positive Aspekte. Das ist aber, glaube ich, die DNA, die so in jedem Menschen innewohnt, dem anderen zu helfen. Und natürlich kann man daran sich auch weiterentwickeln. Aber ob das dann trägt über die Jahre, wenn man beispielsweise mit einem dementen Menschen zusammenlebt oder mit einem Menschen, der eine chronische Krankheit der Bewegungsorgan hat, was auch immer, ob das dann trägt, ist die große Frage. Und es führt dann eben häufig dazu, dass auch der pflegende Angehörige am Ende selber krank wird. Und Pflege kann dann auch krank machen. Ja, und Arnold, bei dir ist es ja so, wo Wiebke, ah, Wiebke ist auch wieder da. Ja, du wolltest jetzt direkt was sagen. Okay, da machen wir Arnold gleich. Ja. Das ist ein Punkt nach der Pflege. Das ist ja was, was viele gar nicht aussprechen oder sonst irgendwie ein bisschen auch nach hinten drängen. Ich kenne inzwischen wirklich so viele Menschen, wo die Pflege geendet hat und die sind allesamt mehr oder weniger tatsächlich erst mal so richtig krank geworden. Weil man drängt das ja weg. Man kann ja nicht ausfallen. Pflegende Angehörige werden selten krank. Jedenfalls nicht so krank, dass sie nicht irgendwo die Pflege weitermachen können. Schlimm ist eben, dass wenn man dann mal krank wird, ich habe gerade so einen Fall neulich gehabt, Covid gekriegt, der Partner auch Covid gekriegt, Pflegedienst hat abgesagt, Covid kommen wir nicht mehr. Gibt es angeblich laut Hamburger Bürgerschaft nicht, aber kommt tatsächlich vor. Und dann ist man da alleine. So, natürlich sind das alles Sachen, die ein Stück für Stück über die Jahre kaputt machen. Es wäre aber vielleicht auch hilfreich, das jetzt nur so als ganz kleine Anregung, ich weiß ja nicht, ob das überhaupt mit umsetzbar wäre, wenn psychosomatische Gespräche auch mit denjenigen, die zu Hause in den Betten liegen, geführt werden könnten. Denn das kriegt man überhaupt gar nicht hin. Man kriegt ja so schon kaum irgendwo Termine, wenn jemand noch irgendwo hin kann. Das hatten Sie ja vorhin auch gesagt, das ist einfach eine Tatsache. Aber diejenigen, die zu Hause sein müssen und die ja noch eine ganz andere Art der Belastung haben, dadurch, dass sie nicht rauskommen, die haben niemanden, außer vielleicht Ehefrau, Ehemann, Mutter, Vater, Kind, wer auch immer gerade pflegt. Und das kann natürlich auch zur Anspannung führen. Nur so als Idee, weil ich sage mal, darüber habe ich mich neulich eine ganze Weile mit anderen Leuten ausgetauscht. Und da waren einige auch ganz schön verzweifelt, weil die sagen, ich kriege einfach keine Hilfe. Ich weiß nicht, wie. Und sie bräuchten sie nicht nur für sich, auch für sich, aber nicht nur für sich, sondern eben auch für den Partner oder die Partnerin, die nur noch zu Hause sind. Frank, wollte ich direkt was sagen? Ja, auf jeden Fall. Gar keine Frage. Wir müssen natürlich mit unseren Ressourcen gucken. Wir haben nun gesagt, wir setzen uns vorbehaltlos für pflegende Angehörige ein. Das ist ja nicht ungewöhnlich, dass sozusagen die pflegenden Angehörige jetzt noch für die Rechte der Gepflegten kämpfen. Ich habe mich irgendwann entschieden und habe gesagt, wir möchten uns gerne für pflegende Angehörige einsetzen. Da liegt noch vieles im Argen und das wollen wir eigentlich verbessern. Das finde ich auch richtig gut. Ich finde das ein ganz, ganz tolles Angebot. Das sage ich gerne nochmal, welches ich auch gerne nochmal weitergebe, weil das ist ganz wichtig. Ich versuche ja auch, egal bei welcher Aktion, die ich mache, stark herauszuheben, dass das, was Angehörige bekommen oder was man für sie macht, ganz anders ist, als das, was die zu Pflegenden bekommen. Das fängt schon bei dem Entlastungsbudget an, das fängt bei den gesamten Geldern an. Alle Töpfe, die es gibt, sind für die zu Pflegenden. Und die Angehörigen kriegen außer Rentenpunkten mehr oder weniger nichts und die werden einem noch gekürzt, wenn man sich dann berufliche Hilfe dazu holt, wenn man bis dato keine hat. Das heißt, das ist natürlich leider durch die Medien und durch die Politik alles ineinander gemixt und natürlich greift es auch ineinander. Klar, geht es dem zu Pflegenden gut? Geht es mir auch gut? Geht es ihm schlecht? Geht es mir auch schlecht? Die Gelder werden natürlich auch oftmals von denjenigen, die Pflegen verwaltet und benutzt und geguckt, wo man irgendwo was macht oder organisiert, wie auch immer man das sagen will. Aber da man uns misstraut, gibt es eben diesen großen Topf, den man einfach so nutzen kann. Das wäre fantastisch, leider nicht. Aber die Angehörigen bekommen, wie gesagt, all das nicht. Und das ist was, da muss ich dringend was tun. Es muss soziale Absicherung geben, das muss ganz, ganz klar sein. Wenn ich die Pflege zu Hause übernehme, dann habe ich diese Sorgen wenigstens nicht. Ich muss mir keinerlei Gedanken machen, ob ich meine Miete noch bezahlen kann. Ich muss mir keinerlei Gedanken machen, ob ich das Essen noch bezahlen kann oder, oder, oder. Ohne, dass wir Reichtümer erwarten. Ich meine, es wird ja auch immer gesagt, wenn man pflegt, dann hat man ja das ganze Geld. Ja klar, ich gehe in den Keller. Ich kann die Goldstücke einfach nur so umschaufeln. Kleiner Scherz am Rande. Das ist einfach ein Fakt, dass man das auseinanderziehen muss. Insofern finde ich es auch sehr gut, wenn Sie sich darauf fokussieren. Es wäre ja vielleicht eine andere Abteilung, die man mal anschieben könnte. Also das, das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen. Und ich, also das ist etwas, was ich auch öfter höre, dass bevor ich eigentlich mich um mich selber kümmern kann, muss ich ja erst mal sehen, dass es dem zu Pflegenden gut geht. Also Sie machen sich ja im Augenblick gerade, ich meine, Sie sind ja auch jemand, der schon sehr, sehr lange pflegt und über viel Erfahrung verfügt. Sicher über viel mehr als Menschen, die zum ersten Mal in diese Pflegeverantwortung kommen und machen sich dann schon Gedanken, wie geht es dem zu Pflegenden gut. Was aus meiner Erfahrung darüber ist, aber vergessen wird, ist, wie geht es dem, der diese Pflege leistet und wie geht es dem eigentlich, wie kommt er damit zurecht, wie gelingt es dem, Probleme zu lösen. Ich sage, das ist nun mal ein Ansatz. Sie werden sagen, ja, man kann natürlich nur in diesem System vielleicht gucken, dass es besser geht, aber viele, viele pflegende Angehörige sind eben in diesem Hamsterrad und sind kaum in der Lage, überhaupt sich Hilfe zu holen. Es geht dann viel auch um das Gefühl, irgendwie kann ich mir das eigentlich erlauben? Muss ich dann eigentlich ein schlechtes Gewissen haben? Also Sie machen das ja seit sehr, sehr vielen Jahren. Ich kämpfe an dieser Stelle eher dafür, überhaupt mal zu sagen, ich lasse mich darauf ein. Ich bin bereit, mir Hilfe und Unterstützung geben zu lassen. Also noch einen Schritt vorher eigentlich und da sehe ich an vielen Stellen so die Sorge oder die Angst, mir helfen zu lassen oder das Gefühl, da mache ich meine Arbeit nicht richtig, also überhaupt die Menschen zu motivieren, Hilfe anzunehmen. Das ist aus meiner Sicht der allererste Schritt. Ja, das Problem ist, dass viele sich am Anfang gar nicht als pflegende Angehörige erkennen oder es auch gar nicht in dem Sinne so sehen, dass sie dann vielleicht Hilfe brauchen. Bei mir hat es auch ewig gedauert, sage ich ganz ehrlich. Also ich fand Selbsthilfegruppen sind überhaupt nichts für mich und ich hätte mir nicht gedacht, dass mir der Austausch mit anderen pflegenden Angehörigen so viel bringt. Das habe ich erst festgestellt 2013, als 2013 ein Krankenhausaufenthalt war und ich muss sagen, ich bin in den letzten Jahren, wenn mein Mann ins Krankenhaus musste, immer mit dabei gewesen. Ich habe immer im Krankenhaus die Pflege übernommen. Das gibt ja die Möglichkeiten. Inzwischen sind sie sogar gesetzlich festgeschrieben, dass man es machen kann, auch wenn einige Krankenhäuser das nicht so gerne gesehen haben. Eins hat es auch schon ganz abgelehnt, aber es ist nun mal so, es ist ja auch eine Entlastung für das Pflegepersonal, muss man so sehen. Und bei manchen kranken Menschen geht das nicht ohne den Angehörigen oder die Angehörige. Aber erst zu dem Zeitpunkt bin ich das erste Mal überhaupt in ein Forum gegangen und habe geguckt, gibt es das eigentlich? So, da habe ich schon lange gepflegt. Am Anfang erschlagen einen die ganzen Informationen, die es vielleicht von den Kassen gibt, wenn es die denn gibt, aber ich habe inzwischen gehört, da gibt es welche. Am Anfang weiß man gar nicht, wo man nach rechts oder nach links gucken muss und am Anfang kommt man bestimmt nicht auf die Idee, sich so eine Hilfe zu holen, wie sie sie anbieten, sondern das kommt echt erst, wenn man sagt, verdammt nochmal, ich bin echt am Limit. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wohin. Und dann ist hoffentlich jemand da, der sagt, pass mal auf, da gibt es das. Und dann kann man es froh sein, wenn man das Angebot, wenn man schnell dann einen Termin kriegt. Ja, genauso würde ich es auch sehen. Also das eine, was Sie ansprechen zum Thema Pflege und Versorgung im Krankenhaus. Wir sind ja, wir sind eine Einrichtung aus dem Krankenhaus und wir versuchen auch sozusagen innerhalb des Krankenhauses natürlich eine Bereitschaft zu schaffen und zu sagen, wir setzen uns mit Angehörigen auseinander. Das ist, würde ich mal sagen, auch so das Neue an unserem Angebot. Wir arbeiten in der Klinik, wir sind mit den Kollegen zusammen, wir arbeiten mit den Neurologen zusammen. Das ist, glaube ich, das Erste. Und dazu kann aus meiner Sicht auch gehören, dass man natürlich, wenn man eine Aufklärung über eine Erkrankung macht, sagt, wenn es noch Fragen gibt, wir haben ja auch eine Angehörigenambulanz, an die können Sie sich dann eventuell auch wenden. Und dass da auch eine Verzahnung entsteht bei uns im Zusammenhang beispielsweise in Altona mit der familiären Pflege, die sind durchaus in der Lage, Hausbesuche auch zu machen, die dann aber sagen, wir haben vielleicht jetzt nicht das Know-how im Bereich der psychologischen, der mentalen Unterstützung. Das ist so das eine. Aber dieses Angebot, diese Beratung dazu, was steht am Anfang? Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, vielleicht von Anfang an schon darauf hinzuweisen. Suchen Sie sich Unterstützung. Schauen Sie, was ist für Sie geeignet? Unsere Erfahrung ist eher die, dass Gruppenangebote nicht so gerne angenommen werden am Anfang. Das ist vielleicht etwas für die späteren Phasen, dass man dort Austausch und Unterstützung hat. Aber es sind manchmal tatsächlich die Basics, um die es geht. Probleme lösen, Krisen bewältigen, das, wo ich mal so sage, wo Sie sehr, sehr viel Erfahrung schon haben und wissen, wie Sie diese Krisen lösen im Bereich vielleicht von Verhaltensstörungen. Wie gehe ich jetzt eigentlich mit Verhaltensstörungen um? Ein bisschen geduldsamer mit sich selber zu sein, dass man von Anfang an nicht alles perfekt macht und natürlich auch zu gucken, wie kann ich mir eigentlich Auszeiten organisieren? Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, das stimmt. Trotzdem sage ich einfach nochmal, dass ich nicht glaube, dass ich fange mal anders an. Ich sehe das auch in den Gruppen. Wenn man im Pflegegrad 5 pflegt, sind die Anforderungen ganz anders, als wenn man im Pflegegrad 1 jemanden unterstützt, ich sage mal ganz bewusst unterstützt, im Pflegegrad 2 oder 3 jemanden pflegt, wobei das da bei 3 schon drauf ankommt, was für eine Art der Erkrankung das ist, wenn das was mit Gehirntätigkeit zu tun hat, was nicht mehr alles so funktioniert oder wenn das mit Demenz zu tun hat, dann ist das schon sehr, sehr schwer. Aber am Anfang sehen viele Leute noch nicht, wie man sich Hilfe holen kann, wie das überhaupt unterstützen kann. Da sieht man auch die Notwendigkeit noch nicht. Wie gesagt, bis Pflegegrad 3 bin ich arbeiten gegangen oder ich glaube sogar, ja doch, Pflegegrad 3. Und auch da habe ich die Notwendigkeit überhaupt noch nicht gesehen, weil man wuppt das ja alles und man steckt das auch weg irgendwie. Ja, also ich möchte noch mal auf das Thema Auszeiten zurückkommen und dann auch noch mal auf unseren heutigen Gastgeber. Weil Wiebke, du hast es ja auch schon angesprochen, du bist auch so seit 2013 da aktiv. Arnold ist ja auch so um den Zeitpunkt ungefähr durch Deutschland gewandert, um auf die Sorgen und Nöte der pflegenden Angehörigen aufmerksam zu machen. Und daraus hat sich dann ja so langsam Step by Step diese Idee auch mit dem Hausboot entwickelt. Erzähl mal, wie kam das so? Ja, durch die Pflege meines Sohnes und durch die prekäre persönliche, finanzielle Situation und Frank hat das ja schon angesprochen, die ganzen Stresssituationen, die addieren sich ja nicht nur, die potenzieren sich ja und die führen also bei einigen Menschen bis zum absoluten, wirklich zum Zusammenbruch. Und das war so meine Intention, auf die Straße zu gehen, mit Menschen zu sprechen, in erster Linie mit Politikern zu sprechen, immer die Botschaft oder den Politikern von der Pflege zu erzählen, von der häuslichen Pflege. Auch, was ich total für prekär halte, dass pflegende Angehörige in Hartz IV geraten. Hartz IV, pflegende Angehörige, die sind nicht arbeitslos, sondern die machen eine tolle Arbeit, teilweise rund um die Uhr. Und das ist die eine Geschichte, dass die Politik das einfach nicht anerkennt und solche Menschen in Hartz IV steckt. Das ist unwürdig, das ist unwürdig für denen, die pflegen, das ist aber auch unwürdig für denen, die gepflegt werden. Und das geht so einfach nicht. Und wenn ich den Umgang der Jobcenter mit mir persönlich betrachte und da bin ich leider nicht alleine, wenn ich höre, wollen sie sich jetzt in die soziale Hängematte legen oder wenn ich alle halbe Jahr ein ärztliches Gutachten meines Sohnes vorlegen muss, in dem steht, dass er immer noch behindert ist, dass keine Wunderheilung eingetreten ist und dass ich Vereinbarungen unterschreiben muss, in denen steht, ich habe alles zu tun, um diesen Zustand zu beenden, dann ist das sehr am Rande des Erträglichen. Und das war mein Grund, auf die Straße zu gehen, eben mit Politikern darüber zu sprechen, aber auch mit Behördenmitarbeitern, mit den Menschen von Jobcentern, mit Betroffenen, auf die Straße zu gehen, gemeinsam zu wandern, sich auszutauschen und dass man sich gegenseitig von seinen Sorgen und Problemen erzählt, um sich kennenzulernen. Das ist besser, als wenn ein großer Schreibtisch mit den vielen Paragraphen zwischen einem steht, sondern dass man sich kennenlernt. Das ist ja oftmals ein Problem des Kennenlernens. Man kennt den anderen nicht. Und ich hatte auch immer so das Gefühl, so eine feindliche Situation zu spüren, wenn ich irgendwo ins Jobcenter kam oder zum Grundsicherungsamt. Die anderen, die unterstellten mir immer, ob verbal oder so zwischen den Zeilen, na stimmt das überhaupt, ob der pflegt und ist das, wie lange pflegen sie denn? Ja am Wochenende 24 Stunden rund um die Uhr und in der Woche 18 Stunden. Ja wieso dann nur 18 Stunden? Ja weil man so sechs Stunden in der Schule ist. Ja aber dann können sie doch in der Zeit arbeiten. Und wenn ich dann sage, dann arbeite ich ja 24 Stunden rund um die Uhr. Ja wissen Sie, ich habe auch drei Kinder großgezogen. Und diese Situation mit den Ämtern, die sind eigentlich einfach unerträglich. Und ich hatte gerade wieder mit einer Mutter gesprochen, einer alleinerziehenden Mutter, die das gleiche Problem hat mit ihrer schwerstbehinderten Tochter, musste wieder zum Arbeitsamt, zum Jobcenter und die kriegt Bluthochdruck, wenn sie nur einen Brief vom Jobcenter hat. Macht den manchmal gar nicht aufmachen, macht den vielleicht auch manchmal gar nicht auf, weil er quasi depressiv ist und dann in so einer depressiven Phase kriegt man nichts mehr auf die Reihe, da öffnet man auch keine Briefe mehr. Und dafür gibt es wirklich null, null, null Verständnis. Und das muss sich unbedingt ändern. Und wenn ich zum Amt gehe, dann muss die Frage lauten, was kann ich für sie tun? Und nicht, wie kriege ich das, dass sie keine Leistung mehr beziehen? Das war auch so eine Frage, als ich mich irgendwann geweigert habe, diese ärztlichen Gutachten vorzulegen. Da musste ich natürlich sofort wieder zum Amt. Und dann hieß es ja, wer Leistung erhält, der muss auch Leistung bringen. Und da sage ich, ich bekomme 600 Euro Hartz IV, wenn ich meinen Sohn in eine Einrichtung geben würde, so wie Sie es mir unterschwellig immer vorschlagen, dann ist die Allgemeinheit mit ungefähr 5000 Euro im Monat belastet. Wer erhält also Leistung? Und diese Mentalität, die muss sich dringend ändern. Und das war eben der Grund, weshalb ich auf die Straße gegangen bin, um mit den entsprechenden Betroffenen darüber zu debattieren. Aber wie wir sehen, ohne Erfolg. Naja, ohne Erfolg würde ich jetzt nicht sagen, weil du hast ja jetzt dieses Hausboot geschaffen für pflegende Angehörige. Erzähl mal, was ist geplant? Was willst du anbieten? Ja, dieses Hausboot oder dieses Projekt, das stützt sich eigentlich auf drei Säulen. Die erste Säule ist den Menschen, die betroffen sind, pflegende Angehörige, Menschen mit Behinderung, ein bisschen Spaß und Abwechslung in dem Pflegealltag zu bieten. Dass wir zum Beispiel einmal rausfahren zum Ankern, dass wir gemeinsam Kaffee trinken. Wir haben viele Menschen, wir haben einen Buchautor, wir haben eine Musikerin, die hier ein bisschen Musik macht, ein bisschen Freude in den Alltag derjenigen zu bringen, die pflegen und auch die gepflegt werden. Wir sagen zwar, das ist das Inklusionshausboot, wir haben aber am Dach stehen Teilhabe. Teilhabe ist Menschenrecht. Und wenn wir das Wort Inklusion durch das Wort Teilhabe ersetzen, dann merken wir sofort, wie viele Menschen überhaupt an der Teilhabe ausgegrenzt werden. Das sind alle, die körperlich behindert sind. Das sind die, die geistig eingeschränkt sind. Das sind die pflegenden Angehörigen, weil sie durch die Pflege eingeschränkt sind, weil sie durch diese finanzielle Belastung eingeschränkt sind. Das sind Menschen in prekären Lebensverhältnissen, Kinder, Jugendliche aus prekären Verhältnissen. All denen möchten wir ein bisschen Freude bereiten. Und dazu haben wir dieses Hausboot, mit dem wir dann eben verschiedene Aktionen machen. Die nächste Säule ist mit Politikern und Experten, so wie wir es jetzt auch machen, wir haben heute leider keine Politikerin dabei, mit Experten und Betroffenen, Wiebke, gemeinsam die Lebenssituation besprechen und versuchen, diese Lebenssituation ein bisschen zu verändern. Das ist die zweite Säule. Die dritte Säule ist mit dem Hausboot, das ist ja auch ein kleiner Hingucker, immer wieder an die Öffentlichkeit gehen. Und diese Sorgen, die wir haben, in den Fokus der Öffentlichkeit zu bringen. Und eben auch zu sagen, Frank, wie du das auch sagtest, jeder ist Angehöriger. Und wer heute nicht Betroffener ist, der wird mit Sicherheit der Betroffene von morgen sein. Entweder vor dem Bett oder in dem Bett. Und das sind diese Dinge, die wir gerne besprechen wollen. Und dafür ist die Hacki da und soll dafür ein Zeichen setzen. Ja, ganz genau. Und vor allen Dingen natürlich auch die Gesellschaft von innen dadurch zu verändern. Weil wir haben gerade gesagt, wir haben festgestellt, die Jobcenter sind noch nicht, oder die Mitarbeiter sind noch nicht so geschult, wie sie sein sollten. Denn es kann nicht sein, dass Menschen Angst haben, dass sie sich ihr ganzes Wochenende verderben, nur weil sie einen Brief sozusagen im Briefkasten haben, wo dann Jobcenter drauf prangt. Und wir haben es ja selber erlebt, was das mit Menschen macht. Aber wie können wir da vorgehen? Wie können wir da, sagen wir, wir bieten Schulungen an, wie können wir da noch eine größere Reichweite bekommen? Also ich denke, Claudia, es ist sicher auch ein Punkt, dass natürlich Pflege, Pflegeverantwortung auch Angst macht. So als Beispiel sehe ich in unserer Klinik, wir haben so ein Instagram-Account auch beispielsweise. Und dann merken wir, da sind vielleicht tausend Follower oder so drauf. Das ist ja eigentlich heutzutage gar nichts mehr. Das hängt aber auch ganz einfach damit zusammen. Ich beschäftige mich natürlich erst mit einer Klinik, wenn ich selbst betroffen bin. Da gehe ich ja nicht freiwillig drauf. Und Pflege und Pflegeverantwortung, älter werden, chronische Erkrankungen, macht vielen Menschen ja auch Angst. Das ist ja auch was ganz Normales. Nichtsdestotrotz bedeutet das aber, dass Menschen immer wieder in eine Verantwortungssituation zum ersten Mal kommen und darauf überhaupt nicht vorbereitet sind. Und das finde ich sehr problematisch. Also man kann jetzt natürlich nicht sagen, wir möchten jetzt, dass in der Schule die Kinder unterrichtet werden, in Pflege oder solchen Sachen. Das wird sich wahrscheinlich nicht umsetzen lassen. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, es gibt auch bei uns in unserer Gesellschaft einen erheblichen blinden Effekt für diesen Bereich, der uns eben doch alle betrifft. Genau. Ja, und dann sind es natürlich auch diese Leuchtturmprojekte, die darauf aufmerksam machen, dass man immer sozusagen auch an dem Thema dranbleibt, sich Unterstützung auch holt. Und Wiebke, du hast es ja auch gesagt, du hast dir eigentlich viel zu spät Unterstützung geholt. Und wir wollen an dieser Stelle auch nochmal deutlich machen, wartet nicht zu lange, um euch Hilfe zu holen. Ihr habt jetzt hier heute auch Dr. Frank Jürgensen kennengelernt. Und wenn ihr zu Hause seid und es euch nicht gut geht oder guckt in die sozialen Netzwerke, Wiebke hat es auch bestätigt, es hilft ihr sehr, sich mit anderen pflegenden Angehörigen auch auszutauschen. Und Wiebke, da könntest du auch nochmal deine Seite nennen, wer das jetzt sieht und wer sagt, Mensch, das wäre vielleicht erstmal sowas für mich und dann vielleicht die Angehörigenambulanz. Kannst du nochmal deine Seite bitte nennen? Ja, also ich sag mal, die Seite, auf der ich ein Tüttelchen blogge, heißt Wir pflegen unsere Lieben. Das ist eine ganz öffentliche Facebook-Seite, da kann jeder drauf gucken, ob er nun einen Account hat oder nicht. Und dann habe ich eine geschlossene Hamburger pflegenden Angehörigengruppe im Facebook aufgemacht. Die findet man per Suche auch. Da schreibt man einfach Pflegende Angehörige Hamburg. Die habe ich bewusst geschlossen. Die große Gruppe der pflegenden Angehörigen, genau wie die von Arnold, die Pflegerebellen, die sind öffentlich und die sind auch meines Erachtens beide bewusst öffentlich, damit eben auch von außen gesehen werden kann, wo es knackt, damit die Politiker, wir haben inzwischen etliche Politiker, weiß ich, die auch drauf gucken und mitlesen können. Ob das nun gut ist oder nicht, weiß man manchmal nicht so genau, weil sich bis jetzt ja alles eher nur verschlechtert hat. Aber wir sind ja positiv und wir hoffen weiterhin, also meine Gruppe, wir pflegende Angehörige Hamburg, ist geschlossen, damit wir so einen kleinen Raum haben, wo man sich dann auch tatsächlich austauschen kann, wenn einer andere Sorgen hat, was man vielleicht nicht so gerne öffentlich schreiben mag. Und da sind nur drei Fragen zu beantworten, damit man reinkommt, nämlich wen man pflegt und ob man aus Hamburg kommt, wenn ja woher. Weil wir gesagt haben, wir haben eben regionale Gruppen und das grenzt sich ja doch tatsächlich auch vom Bundesland zu Bundesland leider ab. Es ist ja nicht mal einheitlich alles irgendwo geregelt. Das sind auch wenige Dinge. Ja, genau. Also da könnt ihr Kontakt suchen und fragen, wie würde das jetzt ablaufen, wenn jetzt jemand uns zuhört, der sagt, Mensch, ja doch, das ist jetzt das Richtige. Ich hole mir jetzt Unterstützung, weil der beste Zeitpunkt ist jetzt. Ich warte nicht mehr. Wie läuft das ab, die Kontaktaufnahme? Naja, man kann eigentlich sagen, in dem Moment, wo man sich Gedanken darüber macht, brauche ich eigentlich Hilfe, ist der Punkt aus meiner Sicht schon erreicht. Ich erinnere nur, das Gespräch mit einer unserer Patientin, die sagt, und beinahe wäre mir die Hand ausgerutscht. Also so, das muss man wirklich gucken. Denn es ist ja nicht nur so, wir haben ja auch, wenn wir pflegen, eine Verantwortung für den, den wir pflegen. Und zum einen betrifft das die Situation, wenn ich als Pflegender ausfalle, was passiert dann eigentlich? Ist also wichtig, da auch schon mal zu überlegen, was für Abläufe würden dann möglicherweise greifen? Und an der Stelle vielleicht auch zu überlegen, muss es denn eigentlich soweit kommen? Muss es erst ein Burnout sein? Oder muss ich möglicherweise schon Konsequenzen auf der Arbeit haben oder gesundheitliche Konsequenzen? Und spätestens, also viel, viel früher sollte ich mir eigentlich überlegen, welche von Hilfe ich brauche. Es gibt sehr viele Angebote, ganz unterschiedliche Angebote. Und ich habe jetzt nicht die Vorstellung, dass wir nur mit unserem Angebot richtig liegen, sondern es gibt Selbsthilfeangebote, es gibt KISS in Hamburg. Also ich glaube, da ist für jeden das Passende dabei. Es gibt viele Selbsthilfeangebote, auch für bestimmte Erkrankungen. Denken wir an Rheuma, denken wir an Krebs, denken wir an Schlaganfall. Das ist das eine. Wenn man sich dann entschieden hat, Hilfe aufzunehmen, und das ist das Entscheidende, sich Hilfe zu suchen und zu sagen, ich lasse mir helfen, denn auch wenn wir jetzt gerade die Fußball-Weltmeisterschaft haben, auch hinter so einem Team stehen Psychologen und Hilfe und dieses Team kämpft da nicht für sich alleine und das ist jetzt nicht irgendwie ehrenrührig oder so Hilfe anzunehmen. Mit uns tritt man in Kontakt entweder per E-Mail, das wäre unter möglicherweise angehörigenambulanz at asklepius.com eine Möglichkeit oder auch telefonisch. Man findet uns auch inzwischen im Netz und das wäre so die eine Möglichkeit und es gibt dann auch die Möglichkeit, dort erstmal mit jemandem zu sprechen und überhaupt erstmal zu gucken, ist das eigentlich das Richtige für mich. Nochmal, wir sind eine von vielen Hilfsangeboten, die es gibt. Mir geht es vorrangig darum, dass Menschen überhaupt die Pflegeverantwortung übernehmen, sich überhaupt Hilfe suchen und nicht sagen, ich trage das jetzt alles alleine und es gibt auch mal Tage, wo die Dinge vielleicht nicht so laufen. Das ist vollkommen in Ordnung, das ist auch vollkommen in Ordnung, vielleicht erstmal mit der besten Freundin oder dem besten Freund darüber zu sprechen und zu sagen, wie kann ich da wieder rauskommen und viele Dinge finden sich dann auch und es gibt auch Situationen, die man vielleicht durchaus alleine meistern kann. Es ist aber die Symptome, die eben so ein Tief ausmachen oder so und können gleichzeitig eben auch die ersten Warnzeichen sein und da sollte man dann vielleicht nochmal mit sich selber überlegen, ist es nicht vielleicht doch besser, mir Hilfe und Unterstützung auch von außen zu holen, ob das über eine Facebook-Seite ist, beispielsweise über eine Selbsthilfeorganisation oder bei uns. Das, sage ich mal, ist jedem selber überlassen. Ich denke, was uns auszeichnet, warum mir das Projekt so wichtig ist, dass wir innerhalb einer Klinik arbeiten und natürlich auch insofern irgendwie gucken, dass auch unsere Mitarbeiter ein Stück weit geschult sind im Umgang mit Angehörigen oder das, was Arnold eben erzählt hat, ich komme auf den Amt und stelle da vielleicht eine Frage und der andere kann sich überhaupt nicht in das einfühlen, wovon ich überhaupt spreche. Und das ist mir wichtig, dass wir, glaube ich, als Klinik dann eine soziale Verantwortung haben und dass auch unsere Mitarbeiter auf den verschiedenen Stationen sagen können, bis hierhin kann ich weiterhelfen, hier kann ich professionell vermitteln oder hier können wir auch vielleicht zu jemandem nach Hause kommen, dass wir das auch anbieten können. Darum geht es mir. Ja, vielen Dank. Und tatsächlich sind wir jetzt am Ende der Sendung und ja, Wiebke, wir werden das, man sieht, das Thema ist so, wir werden da sehr häufig drüber sprechen noch. Frank wird auch sicherlich noch sehr häufig bei uns zu Gast sein als Experte. Du, Wiebke, auch. Ich bedanke mich jetzt bei allen, die zugeguckt haben. Holt euch Unterstützung und ich würde sagen, das letzte Wort hat hier unser Gastgeber, der Haki, Arnold. Ja, Claudia, was du gerade gesagt hast, das soll ja natürlich auch eine regelmäßige Talkrunde geben mit teilweise unterschiedlichen Themen. Wir werden vielleicht immer wieder dasselbe Thema dann auch in Angriff nehmen müssen, weil es ist eine einzige große Baustelle. Die ganze Pflege in Deutschland ist total prekär aus dem Ruder gelaufen. Wir sind mit Frau Moll in Verbindung. Frau Moll erweckte den Eindruck, als wir sie beim Interview war, die in der Radiosendung hatten, dass wir bei ihr offene Türen einlaufen und sie hat sich bereit erklärt, sie freut sich, die Haki auch zu besichtigen im Frühjahr. Und dann werden wir ganz gezielt bestimmte Themen nochmal ansprechen und wollen mal gucken, ob wir aus dem, wie sie sich selbst auch mit anderen Worten bezeichnet, den zahnlosen Tiger, wie wir aus ihr einen Säbelzahntiger machen. Genau, das nehmen wir uns jetzt vor mit Dr. Frank Jürgensen, mit Wiebke Worm. Wir freuen uns auf die Fortsetzung. Vielen Dank, bleibt gesund. Tschüss. Tschüss. Tschüss.